Ich bin bereit für die Schlacht! Du Scheisskind, du Schissernes! Ja Red, komm! Mein Kopf ist schon so schwer! Ich strecke meine Füße aus, dass meine Muskeln sich... Da füllen wir auch noch einmal! Erwin! Wo schalten wir denn aus? Nein, ist es nicht so gut! Du musst mir vorgestanden, das ist ein geiles Interview! Noch nicht, noch nicht! Nein, nein! Ich habe kurgelt! Entschuldigung! Jetzt! Ja! 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 Perfekt! Und wo ist das Geschrei? Und los! Nein, wir müssen das mit der Motorbootsgewinnigkeit machen! Los! Ja! 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 Auscheißen tut man sich schon Das war's für heute. 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 Das war's für heute.